Geld kann seine Wert von heute auf morgen komplett verlieren. Geld ist nichts. Geld ist eine Fantasie. Und was sind Schulden? Die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Das hat uns doch nur nie einer richtig erklärt. Der Kapitalismus lebt davon, dass er die Menschen blöd hält, damit sie nicht begreifen, wie das Finanzsystem funktioniert. Und dann heißt es, wir leben auf Kosten der nächsten Generation. Wenn wir jetzt Schulden machen, leben auf Kosten der nächsten Generation. Das ist auch Quatsch. Die Reichen vererben ihr Vermögen an die nächste Generation. Die Armen vererben die Schulden an die nächste Generation. Auch in der nächsten Generation sind die Schulden und das Vermögen genau gleich hoch. Denn das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen und umgekehrt. Und im Kapitalismus entsteht alles Geld durch Schulden machen. Das ist ja der Wahnsinn an der Sache. Da wird ja Geld ausgegeben, das gar nicht da ist. Die Finanzkrise wäre ja relativ leicht zu lösen gewesen. Es ging ja auch gar nicht um richtiges Geld. Es ging um Buchgeld. Das ist ein Thema für sich. Die Banken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Sehen Sie, eine Bank darf das zehnfach von dem verleihen, was sie hat. Auf diesen perversen Gedanken muss man sie erstmal einlassen. Sie zahlen 1.000 Euro ein auf eine Sparkasse und dann darf die Sparkasse ihm 10.000 Euro leihen. Wo kommen die 9.000 Euro her? Die gibt es gar nicht. Die Bank schreibt die einfach in die Bücher. Das Geld wird geriert. Im Grunde schreibt die Bank auf einen Zettel, dass er in einem Jahr 10.000 Euro haben wird. Und er unterschreibt den Zettel. Er unterschreibt einen Kreditvertrag. Da steht drin, dass er der Bank in einem Jahr 10.000 Euro geben wird plus Zinsen. Zurückzahlen nennen die das lustigerweise. Obwohl das Geld gar nicht da ist. Und mit dem Zettel kann er einkaufen gehen. Der könnte ja selber Zettel ausfüllen. Der könnte auf einen Zettel schreiben, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die Bank den Zettel ausgefüllt hat, dann kann er damit einkaufen gehen. Wenn der jetzt in einem Jahr kommt und sagt, das tut mir leid, ich kann die 10.000 Euro nicht zurückzahlen. Das ist alles schiefgegangen. Wenn die Geschäftsidee alles in die Hose gegangen ist, dann kann die Bank nicht sagen, ja, Pech, ist das Geld weg. Dann muss ich sagen, Moment mal, das Geld kann nicht weg sein, weil das war ja nie da. Wir sind dann weg. Und das geht nicht. Denn wir sind systemrelevant. Außerdem schulden wir der vorjahr noch 1.000 Euro. Wie stellst du dir das jetzt vor? Sollen wir die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzubezahlen? Haben wir hier blöd auf der Stirn stehen? Was macht die Bank in so einem Fall? Sie leitet jemand 11.000 Euro. Und sagt, davon zahlst du die 10.000 zurück plus die Zinsen. Diesmal kriegt er keinen Zettel zum Einkaufen. Das wird nur noch in die Bücher der Bank geschrieben. Die Bilanz der Bank steigt. Der hat erst 11.000 zu kriegen. Steht aber nur in den Büchern. Kommt nicht mehr in Umlauf. Deshalb haben wir keine Inflation seit Jahren. In einem Jahr sagt die Bank, was ist mit der 11.000 Euro? Was soll denn damit sein? Ich hab die nicht gesehen. Stimmt, sagt die Bank, da kriegst du jetzt 12.000 Euro. Das wird aber nur noch in die Bücher geschrieben. Und das ist das, was die mit Griechenland und den anderen Ländern auch gemacht haben. Auch mit uns Deutschen. Wir Deutschen haben noch nie einen einzigen Cent an Schulden zurückgezahlt. Wäre ja auch eine Katastrophe. Ja, grundsätzlich sind nicht die Störungen. Wenn wir die Schulden zurückzahlen, dann bricht das ganze Finanzsystem zusammen. Sie wollen doch Zinsen haben. Wenn keiner mehr Schulden macht, wo sollen denn Zinsen herkommen? Jetzt ist da ganz das ganz große Drama. Der hat keine Zinsen mehr. Der Zinsklau. Steht in der Zeit. Der Zinsklau. Wer klaut denn da was? Sie zahlen Geld in der Lebensversicherung ein. Wir wollen doch auf 4% Rendite haben. Was glauben Sie der, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Ich mach dir das ins Schließfach. Da rammelt das und krieg Junge. Die müsste doch jemand finden, der das Geld von der Lebensversicherung leiht und 7% Zinsen zahlt. Weil sie wollen 4% haben. Die Lebensversicherung hat Kosten. Will selber was verdienen. Und die Aktionäre wollen auch was haben. Also muss einer 7% Zinsen zahlen. Und im nächsten Jahr legen die Deutsche wieder Milliarden in Lebensversicherungen an. Und da muss wieder einer gefunden werden, der das leiht. Und das waren jahrelang die Griechen, die Italiener und die Spanier. Wir haben den Geld geliehen, Geld geliehen. Und das Rad lief immer weiter, weil es in den Büchern läuft. Hätte man von Anfang an gesagt, jetzt brauchen wir das Geld mal zurück. Aber es wird immer weiter aufgebaut. Immer weiter aufgebaut. Und das Vermögen der Deutschen allein ist von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden Euro auf 5.000 Milliarden Euro gestiegen. Von 2 Billionen auf 5 Billionen. Das Barvermögen der Deutschen. Ohne Immobilien. Und auf diese 5 Billionen Euro sollen Zinsen erwirtschaftet werden. Von wem? Von den Menschen, die in der realen Wirtschaft tatsächlich arbeiten. Die Zinsen entstehen nicht in der Bank. Die müssen von Menschen in der realen Wirtschaft, die echt was herstellen, muss das erwirtschaftet werden. Und das geht irgendwann nicht mehr. Das Schuldenproblem ist relativ leicht zu lösen. In Deutschland sowieso. Jeder Deutsche hat 25.000 Euro Staatsschuld. Unsere Schulden sind 2.000 Milliarden Euro Staatsschuld. Hat jeder Deutsche 25.000 Euro Staatsschuld. Spüren Sie diese drückende Last. Jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante. Ja, Sie auch. Sie müssen mal aufräumen. Das Geld ist doch da. Habe ich ja gerade erklärt. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Das Geld ist tatsächlich da. Das sind pro Kopf 60.000 in Deutschland. Jetzt habe ich mir eine Frage. Sie haben 60.000 Euro Barvermögen. Warum haben Sie 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist doch bescheuert, oder? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil an Deutschland. Die 60.000 Euro Barvermögen pro Kopf, die gibt es auch, aber die haben Sie nur statistisch. Das Geld ist schlecht verteilt. 50% der Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten, haben überhaupt kein Vermögen. Die verdienen so wenig Geld. Die können nichts zurücklegen. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Die reichsten 10% verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Und diese 66% sind noch gewachsen. Von 64,5 auf 66% in der Schuldenkrise. Das heißt, die Schuldenkrise hat die Reichen noch reicher gemacht und der Teil der Leute, die nichts haben, wird immer größer. Und oben haben immer weniger, immer mehr. Jetzt sind wir hier eine Schicksalsgemeinschaft. Lachen Sie nicht, hat der Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen rollenden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Jeder nimmt seine 60.000 Euro Barvermögen, zahlt ihr 25.000 Euro Staatsschulden zurück und wir fangen alle mit 35.000 Euro nochmal neu an. Wäre das ein Furschlag? Und jetzt die volkswirtschaftlich realistische Variante. Und das ist kein Quatsch, das haben Volkswirte durchgerechnet und die argumentieren sogar innerhalb der kapitalistischen Struktur. Auch innerhalb des Kapitalismus könnte man die Länder entschulden. Wenn die reichen 10%, die über 5.000 von den 5.000 Milliarden Euro 66% haben, also 3.200 Milliarden Euro besitzen, die könnten die Staatsschulden so alleine bezahlen, ne? Und hätten mehr über als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit jemals zusammensparen können. Wenn die die Hälfte ihrer 3.200 Milliarden Euro abgeben würden, wären die Schulden so weit abbezahlt, dass alles wieder seinen Gang gehen könnte. 50% müssen die abgeben, müssen die nie auf einen Schlag tun. Wenn die die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld zusammen. 5% pro Jahr ist das, was die die letzten 20 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich Zinsen? Das, wofür die Menschen gearbeitet haben, die tatsächlich arbeiten, ohne was zurücklegen zu können. 40% von allem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, wird in Form von Zinsen oder Dividenden ausgeschüttet an die Leute, die Geld haben. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre in den nächsten 10 Jahren wieder haben und dann ist Deutschland saniert. Und es müsste keiner auf was verzichten, lassen sich nichts einreden. Es geht nicht darum, das sauer verdiente Vermögen von Menschen zu besteuern. Wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab 1 Million Euro pro Kopf aufwärts. Das können Sie mit ehrlicher Arbeit nicht zusammensparen. Versuchen Sie es mal auszurechnen. Ich erwähne es nur mit der 1 Million Euro, damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind von der Vermögensteuer. Falls Sie betroffen sein sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit Ihnen tauscht. Wir reden von echtem Reichen, der vor sich hin wächst, ohne irgendwas Produktives damit zu tun. Und davon kann man die Hälfte wegnehmen. Ob eine Familie Albrecht 20 Milliarden besitzt oder 10 Milliarden, meinen Sie, das merken die im Alltag? Warum konnte denn der Herr Achenbach den Albrechtssohn da so bescheißen mit den Bildern? Bei dem Albrechtssohn war das völlig egal, ob so ein Bild 6, 7 oder 8 Millionen Euro kostet. Das merkt der doch ja nicht. Und dann hat der Achenbach gesagt, ach, wenn das so ist, schlage ich überhaupt was drauf. Dann hat der den Albrechtssohn in den Jahren von 20 Jahren, von 6 oder 7 Jahren um 20 Millionen beschissen. Ja, so einen Mann darf man noch nie einsperren. Den muss man auf Provisionsbasis fürs Finanzamt arbeiten lassen. So ein Zetsche von Daimler verdient 8 Millionen im letzten Jahr und jetzt 8,4 Millionen. Warum müssen diese Leute eine Gehaltserhöhung haben? Kann man denen keine Penisverlängerung anbieten? Diese Fußballer, 5, 6 Millionen im Jahr, vielleicht kann man mal einen kostenlosen Führerschein spendieren oder so weiter. Das Gesetz wäre in 5 Minuten zu machen, es würde nicht dem Grundgesetz widersprechen und es würde uns allen besser gehen hinterher. Aber es hat keine Chance, denn wir leben in einer Demokratie und Sie bekommen in unserer Demokratie bei einer demokratischen Wahl keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung wirtschaftlich profitieren würde. Kriegen Sie keine Mehrheit für. Sie kriegen jederzeit eine Mehrheit für eine Politik, von der die reichen 10% profitieren. Denn die Politik wird seit 40 Jahren gemacht und gewählt. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne sind wirtschaftspolitisch eine Einheitspartei. Innerhalb der SED gab es mehr Streit über Wirtschaft. Die erzählen alle das gleiche. Beschäftigte durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszins. Das, was nur den reichen 10% nützt. Und diese 5 Parteien holen immer über 80% der Stimmen bei jeder Wahl, meist sogar 85%. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen? Das machen die mit einem Trick. Die haben den Leuten eingeredet, dass es nicht anders geht. Und dass irgendwann alle davon profitieren. Dass alle irgendwann zu den Besserverdienern gehören können, wenn sie sich nur anstrengen. Doi, doi, doi.